Yes, here we go. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Domen Glaser und ich unterstütze als Kommunikationsberater Unternehmen in Fragen der digitalen Markenführung und im Podcasting. Heute soll es wieder um das Thema Tools und Lifehacks gehen, denn ich habe euch ein wirklich, 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 wirklich geniales Tool mitgebracht. I love it. Es ist sensationell. Es nimmt euch unfassbar viel Arbeitsaufwand ab. Wenn ihr Termine finden wollt, wenn ihr Termine organisieren wollt, wenn ihr Termine verschieben müsst mit einem Kunden und das ganze Terminmanagement löst dieses Tool und es kann noch einiges mehr und dazu heute mehr in dieser Podcast-Folge. Übrigens, wenn ihr Lust habt, Markenrebell-Podcast heißt die Facebook-Gruppe. Wenn ihr Lust habt, kommt dort vorbei, haut dort eure Tools raus, die ihr verwendet. Also ich finde es immer super spannend. Ich bin da echt so ein Typ, ich muss das dann sofort ausprobieren. Ich liebe einfach coole Tools, die vielleicht sogar mit anderen verknüpfbar sind. Also wenn ihr da ein paar coole Tipps habt, dann gerne in der Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort und wir sehen uns jetzt gleich wieder nach einem kurzen Intro zur Folge Tools und Lifehacks und meinem Terminbuchungstool Visita. Bis gleich. Und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser Ja, wie schon gesagt, Visita, geschrieben V-C-I-T-A. Ich packe es in die Shownotes. Also da ist ein Affiliate-Link und wenn ihr darauf klickt, dann tut ihr diesem Podcast was Gutes. Wir kriegen nämlich eine Provision, aber ihr zahlt keinen Cent mehr als den marktüblichen Preis. Visita, was ist das im Einzelnen und womit kann man es vergleichen? Ich habe ehrlich gesagt nichts gefunden im Markt, was annähernd so cool ist wie dieses Tool. Ich freue mich aber, wenn ihr in die Shownotes-Kommentare was reinschreibt, wenn ihr was Besseres gefunden habt. Es ist natürlich immer eine Frage, was wollt ihr damit machen? Wenn ihr nur Termine verwalten wollt, das heißt ihr wollt irgendwie Online-Kalender darstellen und der soll irgendwie mit eurem Outlook-Kalender oder Google-Kalender synchronisiert sein. Und dieser Kalender soll den Leuten ermöglichen, eine Stunde, zwei Stunden irgendwas zu buchen, automatisiertes E-Mails und so weiter. Da gibt es ganz viele Lösungen. Also der Calendly zum Beispiel oder bookme.com oder solche Sachen, das habe ich alles ausprobiert. Ich bin bei Visita hängen geblieben, weil ich das sehr cool finde, wie das System funktioniert. Das heißt, ihr habt ein, wenn ihr es so wollt, eine Website, ein Frontend, eine Website, auf der ihr eure Leistungen anbieten könnt. Also ihr findet da zum Beispiel bei mir, das kann ich euch eigentlich mal reinstellen, der Link ist service.markenrebell.de. Das ist der Link, den ich immer verschicke, wenn jemand mit mir einen Termin haben möchte, dann geht der Link raus und dann erledigt dieser Link alles von alleine. Und auf dieser Seite ist zum Beispiel vermerkt, wenn ich Leute einlade für ein Podcast-Interview, dann können die dort einen Termin sich raussuchen. Oder wenn jemand bei mir ein Coaching machen möchte, dann kann man dort zum Beispiel sagen, ich möchte eine Stunde buchen, ich möchte zwei Stunden buchen. Oder für meine Kunden, mit denen habe ich ja schon ein Auftragsverhältnis, die zahlen dann nichts direkt auf der Page, sondern die können dann kostenlos eine Stunde oder zwei Stunden Termin aussuchen. Das heißt, ihr merkt jetzt schon, man unterscheidet die entsprechenden Dienstleistungen oder Services, die man hat, entweder kostenfrei oder kostenpflichtig. Also Visita deckt das ab, dass ihr zum Beispiel eure Coachings oder eure Consultant-Stunden abbrechen könnt. Sehr coole Geschichte. Das ist das Frontend. Also das bedient dann der User, dem ihr den Link geschickt habt und dort kann der User dann eben alles machen in Sachen Terminplanung. Im Backend sieht es da ganz spannend aus, denn hinterlegt ist so ein kleines CRM, ein kleines Customer Relationship Management System. Das heißt, jeder, der sich bei euch auf dem Link, also auf eurem Frontend, auf der Page registriert, also einen Termin bucht, dann kommt diese Person in eurem Backend an und in diesem Backend ist dann hinterlegt, wie heißt die Person, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, also die ganzen Basisdaten und, was ich sehr cool finde, die gesamte Korrespondenz. Denn ich kann jetzt zum Beispiel sagen, der Termin wurde zum Beispiel von meinem Mandanten geplant, also eingetragen, gebucht, blockiert, damit in meinem Kalender. Und jetzt kann ich zum Beispiel hergehen und sagen, oh, bei mir verschiebt sich ein Termin. Oder ich muss den Termin ganz absagen, lieber Kunde, such dir bitte einen Alternativtermin aus. Ja, das kann ich alles über das Backend machen. Auch meine Assistenten sind quasi mit dem Backend verlinkt und können dann nachschauen und sagen, okay, was war die letzte Korrespondenz, warum hat wer abgesagt? Das steht ja in der Regel dann in der E-Mails-Korrespondenz drin. Und es läuft alles über dieses Backend. Anschließend könnt ihr auch noch Filter setzen und sagen, okay, ich habe vielleicht das Thema Podcasting und das Thema Marke angeboten. Zum Thema Podcasting haben sich ganz viele gemeldet und zum Thema Marke. Und ich würde gerne zwei E-Mail-Newsletter rausschicken mit unterschiedlichen Themen an diese beiden Zielgruppen in meinem Bekanntenkreis oder in meinem Kontaktkreis. Und dann könnt ihr das auch direkt über dieses Tool machen. Also das ist ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug, das ihr auch aufbohren könnt, um zum Beispiel zu sagen, ich möchte noch einen weiteren Teamkollegen mit dazu nehmen oder ein ganzes Team hinterlegen, um zum Beispiel schneller gemeinsam mit Terminen abzustimmen. Auch ganz wichtig. Also nicht immer ist ja dieses One-on-One gegeben. Das heißt, irgendeiner möchte mit euch einen Termin und bucht den dann. Sondern oftmals sind es halt auch drei Leute und mehr, die zusammenkommen müssen. Und dafür ist dann so ein Tool natürlich sensationell. Ihr könnt, wie sieht ihr, auch in eure Website einbinden. Das geht auf unterschiedlichste Art und Weise. Also ich kenne zumindest die Implementierung oder Integration mit WordPress. Da könnt ihr kleine Widgets bauen, dass unten so ein kleines Pop-up am unteren Browserrand aufspringt. Und dann wird mir dort gesagt, hey, hier kann ich einen Termin buchen. Hier kann ich, ich kann auch eine Zahlung vornehmen über das Tool. Dann kann ich zum Beispiel sagen, hey, ich überweise jetzt vorab einen Betrag X oder ich begleiche einen Teil der Rechnung und mache das über dieses Tool. Ich kann Kontaktformulare hinterlegen. Ich kann Bilder-Uploads machen. Also zum Beispiel für den Podcast brauche ich ja immer ein Bild meines Interviewgastes. Dann können die Leute das dort hochladen. Also alles an einem zentralen Ort. Also neben meiner Website markenrebell.de ist halt dieses Service.markenrebell.de, dieses Subdomain, mein Schweizer Taschenmesser, mit dem ich so die ganzen Services rund um die Organisation der ganzen Abläufe mache. Und das ist natürlich sehr, sehr komfortabel, denn ich kann zum Beispiel bei der Terminplanung auch eine Unterscheidung machen und sagen, okay, wenn jemand bei mir ein Consulting bucht, dann braucht diese Person einfach einen Fragenkatalog, damit ich mich mit den Antworten auf den Termin vorbereiten kann. Oder Thema Podcasting. Also das ist eine wirklich sehr, sehr coole Funktion, die man auch immer weiter ausbauen kann. Man muss nur aufpassen, dass es nicht zu komplex ist. Also wenn dann die Schweizer Taschenmesser-Seite, also diese Terminbuchungsseite, zu kompliziert ist, dann ist es natürlich keine gute Sache. Also man muss schon auch schauen, dass die Leute damit umgehen können. Und die Fragen werden auf jeden Fall kommen. Also je klarer die Formulierung, je klarer der Aufbau der Seite bei Visita, über die man die Termine buchen kann, desto einfacher ist es natürlich auch, dann wirklich eine Vollautomatisierung zu erreichen, weil sonst seid ihr ständig im Fragenbeantworten. Und das ist natürlich kontraproduktiv. Also ganz klar aufbauen, nicht zu viele Funktionen, einfach ein paar Erfahrungen am Anfang sammeln und dann einfach auch weiter aufbauen. Also super Geschichte. Zum Thema Preis, Visita ist zu haben für 29 Dollar laut Homepage, das ist das kleinste Paket. Ich habe auch nur das kleinste Paket und mir reicht das völlig aus. Denn mit Visita möchte ich nur Termine koordinieren, aber ich möchte eben auch Dienstleistungen anbieten, die kostenfrei und kostenpflichtig sind. Und dann möchte ich, dass das auch mit Zahlungsanbietern so weit abgeklärt ist, dass das so weit funktioniert und will das dann nicht selber machen müssen. Aber als CRM benutze ich ein anderes, das stelle ich euch auch noch vor, das nennt sich Pipedrive, könnt ihr euch gerne schon mal anschauen. Sensationelles Tool und ist dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, konkurrierend mit Visita. Aber ich habe das Ganze automatisiert, das heißt, wenn ein neuer Kontakt sich über dieses Visita-Tool anmeldet, weil ein Termin oder sie einen Termin mit mir haben möchte, dann ist das Ganze so angestellt, dass Zapier, das ist eine App für automatisierte, ja, wie soll ich sagen, Verknüpfung von zwei Applikationen, dann sagt Zapier, okay, ich erkenne, du hast einen Visita, einen neuen Lead oder einen neuen Kontakt und den trage ich dir gleich in Pipedrive, in deinen CRM ein. Das heißt, auf beiden Seiten habt ihr dann das Ganze synchron, dass ein neuer Kontakt reinkommt und der natürlich auch in eurem CRM-System landet. Das ist also auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Sache für mich, dass ich da nicht nochmal händisch pflegen muss. Ja, also ich würde vorschlagen, probiert, wie sieht der unbedingt mal aus, das macht echt Freude. Am Anfang habe ich, glaube ich, ein bisschen gebraucht, ich erinnere mich gar nicht mehr, das benutze ich jetzt schon echt lang. Ich hatte vorher, wie gesagt, Calendly am Start, die haben das jetzt auch weiterentwickelt, aber vom Funktionsumfang, von der Einfachheit, auch iOS, Android-App, alles da, ist das ein sehr, sehr cooles Programm, um vollautomatisierte, ein vollautomatisiertes Terminmanagement zu machen. Also schaut euch das unbedingt an. Ich freue mich auf euer Feedback, gerne bei uns in der Facebook-Gruppe oder als Kommentare unter den Shownotes. In diesem Sinne, ich bin raus, nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Ciao. Ich freue mich bei euch.